Hallo, ich bin Carsten in Steinfurt und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach mit. Hallo, ich bin jetzt hier mal wieder im Münsterland unterwegs, ziemlich genau in der Gegend um Steinfurt. Das ist hier ein Wanderweg, der wohl auch um mehrere Windmühlen herum geht. Fängt hier an so einem künstlichen See an, so ein bisschen Stadtpark ähnlich und geht dann raus durch die Wälder und wie gesagt an einigen Windmühlen vorbei. Ich bin mal gespannt. Wie das so aussieht. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Ja Musik Musik Es war eine sehr schöne Gegend eigentlich Gucken wir bald her Musik Aber Hier geht eine Schwerbefahrene Bundesstraße Die W85 Die werden wir jetzt wohl gleich unterqueren Wenn ich das richtig sehe Also der Straßenseer ist schon sehr deutlich zu. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt führt mich der Weg raus aufs freie Feld. Die Sonne ist aber angenehm. Ich hoffe mal, sie begleitet mich ein Stückchen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt bin ich seit ungefähr 10 Jahren zwei Stunden hier auf dem Weg unterwegs. Und ich habe schon gedacht, diese Windräder hinter mir, das wären so ziemlich die einzigen Windmühlen, die ich hier sehen würde. Da komme ich hier um so einen kleinen Busch herum und da ist die erste Windmühle. Das war's. 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 Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. hier auf dem boden überall auch hier auch hier den graben lang das sind alles bucheckern schalen hier muss ich mal im herbst hin zum bucheckern sammeln vorne kommt eine schutzhütte die werde ich denke ich mal die werde ich denke ich mal dazu nutzen ein bisschen pause zu machen und einen tee zu kochen so gut zwei drittel des wanderweges habe ich jetzt hinter mir ich denke mal jetzt habe ich mir etwas heißes zu trinken verdient da kommt raus schauen wir mal dass wir ein kapitel können Es ist wirklich wunderschönes Wetter, was erscheint. Kann man nicht meckern. Nur das mit dem Mühlenwanderweg finde ich jetzt ein bisschen kühl. Bis auf die ganzen Windräder habe ich bis jetzt nur eine Minute gesehen. Finde ich jetzt ein bisschen fragwürdig. Es ist mittlerweile auch relativ warm. Es ist zum Glück auch nicht allzu wenig. Das wäre bei dem frostigen Wetter nicht einzukommen. Das ist herrlich hier. Wind geschützt in der Hütte. Die Sonne scheint hier rein. Meine Erkältung scheint sich so gut wie verflogen zu haben. Deswegen habe ich mich dann heute auch wieder rausgetan. Ich muss sagen, wäre schade gewesen, wenn nicht. Ich habe mir jetzt gerade nochmal eine Strickweste drunter gezogen. Weil beim Laufen hat man dann doch ein bisschen gespitzt damit. In der Pause sollte man sich dann doch nochmal was überziehen. Das kocht noch nicht. Ich habe mir nicht vieles zu sehen. Dстра wie ich dabei ist könnte. Ich habe dann versucht es einen Teitel zu schieren. Das geht schon wieder auf die Klamour vielleicht. Ich habe die Angelegenheit aus dem Mühlenwanderweg. Jetzt bin ich vermag. Das ist noch ein bisschen zu scherz. Das ist ein bisschen zu scherz. Das ist bei uns, wir dürfen scherz. Ich habe beschlossen, ich mache mir noch eine 5 Minuten Terrine. Es ist Mittagszeit, ich habe ein bisschen Hunger. Gerade kam hier so ein Spaziergänger vorbei, der guckte mich gerade auch so ein bisschen. Was ich denn hier machen würde? Kamera vor mir auf der Bank, ein Gaskocher. So, jetzt bin ich wieder zurück in Steinfurt. In diesem Park. Ja, es ist eine schöne, interessante Wandertour. Aber irgendwie, heute Morgen auf der Karte, habe ich 4 oder 5 Windmühlen gesehen. Aber, bis auf die ganzen Windräder habe ich eigentlich nur eine gesehen. So, mit diesen letzten Bildern aus diesem Park, hier in Steinfurt, möchte ich mich dann für heute verabschieden. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020